Ich bin Oliver Laut. Ich bin der Aladin. Ich bin der Dali. Wir veranstalten zusammen unsere Eventreihe Tutgut. Aladin, der Veranstalter und ich zusammen groß geworden sind und auch als Team, als Konsequenz zusammen spielen. Ich hatte früher den Club Ego getrieben in Ulm und drei Monate bevor ich zugemacht habe, habe ich einen Plattencase aus Frankfurt geschenkt gekriegt mit Platten und dann habe ich angefangen aufzulegen. Ich bin in sehr jungen Jahren in die Szene gekommen als LJ. Wir würden am liebsten haben, dass dieser Sommerklang irgendwann mal ganz groß expandiert. Es geht eigentlich mehr darum, mit seinem besten Freund Musik zu machen und ein bisschen Spaß zu haben. Ich bin DJ als Teilzeitkünstler, das heißt, ich bin hauptberuflich Werbetechniker. Das Leben davon kann man noch nicht, dafür reizt es mich. Hauptberuflich noch nicht, aber ich bin auf dem Weg dorthin. Ich werde jetzt auch Ende August nach Berlin ziehen und werde dort mein Glück versuchen. Wir machen und werden wir jetzt über die Räste hin Home, weil wir jetzt und in diesem Fall haben wir heute noch mal eine ganz schöne工fe, die sich darauf aufwachen und in dieser Raum zu nutzen. Ja, man würde sich angeben, dass sich alle Dinge bereitstellen. Ich bin jetzt der Räste und ich bin dann in der Räste. Bis zu sehen. Ich bin jetzt schon privat, weil wir schon wieder in der Räste. Untertitelung des ZDF, 2020